Wir haben in der Schule gearbeitet, und wir haben sie gespendet. Woher kommt die Beschäftigung mit dem Thema Kindersoldaten? Hat da irgendjemand einen Film gesehen? Ja, wir haben einen Film gesehen bei unserem Religionunterricht, die Kindersoldaten sind häufiger in Afrika, also Uganda, bei uns auch, war ein ehemaliger Kindersoldaten bei uns in der Schule, die war auch bei uns, die war Kindersoldat, die hat uns erzählt, also wie schlimm das ist, Kindersoldat, was man alles erlebt. Jetzt der nächste Einsatztermin? Der nächste Einsatztermin? Samstag. Samstag beim Dortmund sind wir, in Dortmund. Bei einem Autorenlese. Ach ja. Da sind einige Autoren aus den USA, die zum Science-Fiction-Literatur, und wir haben einen Schüler, der hat sich geworben, mit dem Beitrag, und der wird dort auch eine Lesung machen. Ah ja. Und da sind wir dann mit dem Wagen auch, und die Autoren unterschreiben dann auch. Wie viele Leute machen insgesamt mit? Ich vermute mal, es wird ja nicht immer die gleiche Besetzung sein. Also in der Klasse, also von den Fünfern bis zum Zehnern eigentlich. Ja? Ja. Immer verschiedene Leute. Verschied, also. Ja, wer Lust hat. Wer Zeit hat. Wer hat denn die meisten Einsatztage bisher? Also ich habe die meisten Einsatztage, ja. Ja? Wie viele ungefähr? Ich habe aufgeregt zu zehn, glaube ich. Ja. Ja. Herzlichen Dank. Ja. Keine Ursache. Dann wünsche ich weiter viel Erfolg und gelegentlich auch ein bisschen Spaß an der Sache. Da haben wir ja schon einen anderen Schauspieler getroffen, aber natürlich dann die Fußballer kommen natürlich. In Bremen Klos und solche. Da ist ein bisschen Schminkerung, so. Was fragt man aus dem Herzen? Braucht er den her? Der ist ein Renault Avantine. Ja? Der wird gar nicht mehr gebaut. Den haben wir fünfhundertmal weltweit gebaut, also limitiert. Ja? Und der soll ja auch ins Dienstbuch der Weltrekorde. Das ist ja noch so ein Nebeneffekt durch die ganzen Unterschriften. Das ist mein Privat. Achso, Sie hatten den selber gekauft. Ja, und für die Aktion zur Verfügung gestellt. Am Anfang haben Sie alle gesagt, völlig gekloppt, jawohl. Und jetzt natürlich alle. Alles klar, herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich. Tschüss.